Das tut weh! Ey, komm noch mal bitte! Aua! Ey, bleib doch mal stehen, Alter! So... Ach, scheiße! Aua! Ey, Aua! Muss Schweinebraten fressen! Uaaah! Scheiße, speicher, schneller! Ich muss in das Spiel hinein und... DEDEDDEEE Ey, du Otto! Muss Essen! Und am Besten gleich noch was! Scheiße, das wird knapp! Ey, bleib doch mal stehen, Alter! Boah, wo der... Ey, du Otto! Wo der auf einmal herkommt... Ey, bleib doch mal stehen, Alter! Ey, komm doch mal bitte! Ey, du Otto! Ey, bist du bekloppt? Ey, du Otto! Ey, komm doch mal bitte! Ey komm doch mal bitte Ey du Otto Ey du Otto Ach das ist doch diese scheiß Assis Ey du Otto In der Gruppe sind sie mutig Ich brauch unbedingt nen Bogen Ich kann die nicht beide auf einmal auseinandernehmen Es sei denn Scheiße ich wünschte hier ne Lava dabei Ey du Otto Ey du Otto Ey du Otto Ey bleib doch mal stehen Alter Ey bleib doch mal stehen Ey komm doch mal bitte Ey du Otto Scheiße wo geht's denn hier weiter Ey komm doch mal bitte Ich würde gerne langsam wieder zurückfinden Ey komm doch mal bitte Ey bleib doch mal stehen Oh okay Okay Ah ich würde gerne langsam zurückfinden Weil langsam Ich hätte nie gedacht dass das so groß wird Ey komm doch mal bitte Ich hätte nie gedacht dass es hier so groß wird Ey aua Ey komm doch mal bitte Ey komm doch mal bitte Ey komm doch mal bitte Ey du Otto Ey du Otto Ey du Otto olfik Ey du Otto Ey Luke Ey du Otto flowsp Ey du Otto Ey du Otto Ey, bleib doch mal stehen, Alter Ah, ich wusste, er versteckt sich hier Ey, du Otto Ey, bist bekloppt? Ey, bleib doch mal stehen, Alter Oh nein, noch ein Assi, das darf doch nicht wahr sein Ey, du Otto So, ach, da hab ich ja schon ne Fackel Ähm Da müssen wir auch noch irgendwie rüber Nein Na, jetzt da, so Wie kann ich denn da jetzt, äh, so könnte ich da zum Beispiel Mach ich mal so So Ach, scheiße, ey Was ist das nur für ne Mörderhöhle hier Hätte ich das gewusst, dass es im Arbeitsamt so aussieht Dann wär ich niemals hier reingekommen Ja, da unten waren wir wenigstens schon Ähm Ähm Boah, scheiße Boah, es ist so ruhig hier, dass hier jederzeit irgendwas gleich angreifen wird Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher was Und entweder wir werden jetzt bei der Aufnahme hier nochmal rauskommen irgendwann Oder wir werden einfach Sterben Die Trying sozusagen Ei, 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 ei. Ich wollte doch gar nicht, dass es so lange dauert. Das wird doch voll die lange Folge, wer soll denn sowas gucken, das guckt sich doch kein Schwein an, wie ich hier wieder stundenlang unterirdisch rum irre, Ich dachte, das wird so eine lustige Folge, so einmal kurz und knackig rein und ab dafür und dann haben wir alle mal gelacht, aber das hier ist ja schon wieder... Boah, hör auf! Jetzt geht's da oben wieder irgendwo hin. Das Lustige ist ja, ich hab extra noch bei der Höhle geguckt, so, hab vorher noch mal diese Arbeitsamtsachen und sowas angebracht, aus Spaß. Aber. Ach, noch mehr Sand hier wieder. Aber da wusste ich gar nicht, dass das so tief geht. Na, das war doch klar. Los! Ja, gräbt der das auch mal kaputt? So, guck mal mal, wo wir da oben rauskommen. Es scheint Tag zu sein, Gott sei Dank. Wo sind wir denn? Sind wir hier etwa Ich mach mal ganz kurz hier. Ich hab ne kleine Befürchtung, die ich noch mal ganz kurz äh... entweder bestätigen will, oder... Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Aber ich kann mich natürlich auch irren und ich glaube, ich irre mich zum Glück auch. Ach, da hinten läuft ein Assi an bei Tageslicht. Ach, guck mal, da hinten ist unser Wikingerhaus. Das ist ja schräg hier alles. Alter Schwede, ist das schräg. Ja, sag doch mal, da hinten ist das schräg. Ja, sag doch mal Hallo hier zum, ne, zur oberirdischen, oberirdischkeit, oberirdischkeit, ja. Und da... Wieso hab ich das nicht gesehen eigentlich? Ihr habt das bestimmt wieder gesehen, ne? Ich aber noch gar nicht. Genau hinterm Wolkenpalazzo ist... Alter, diese Höhle ist so geil. Die muss doch eigentlich genau da liegen, wo wir mit der U-Bahn in den Wolkenpalazzo ran wollten. Das dürfte ja nochmal interessant werden. So, pass mal auf. Ach, nein, scheiß jetzt. Mach doch mal nicht so einen Scheiß. So, und schon haben wir es hier unten wieder trocken. Ich mach das mal so, auch wenn es Leiterverschwendung ist. Und dann mach ich hier nochmal... Dann mach ich hier nochmal so. Und hier auch nochmal so. Und dann würde man nämlich ganz bequem hier oben ins Wasser rauskommen. Boah, ist das geil. Das ist ja so geil. Ich, äh... Feier hier grad ein bisschen. Was ich nicht feiere, ist, dass unsere Fackeln jetzt hier unten komplett weg sind. Scheiße, die kriegen wir bestimmt noch nicht... Doch, da sind sie, da hinten. Da ist doch grad was gesprungen. Ich glaub ein Obdachloser. Ja, da ist noch ein Obdachloser. So, da hinten ist noch eine Fackel. Und hier dürfte... Ach, hier war ja alles überspült dann von da oben. Scheißen Dreck. Ja, dann... Aufi, solange wir hier... Ein bisschen Ruhe haben. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Popeiße. Popeiße. Ich hab schon wieder ein Assi gehört. Ich hab immer Angst, dass hier irgendwo so ein Assi-Nest ist. Dass die Dinger ausscheißt. Und dann... Haben wir quasi eine unendliche Flut von Assis vor uns. Und das, äh... Oh, das wird mich richtig abfacken. Vor allem, weil wir hier ohne Bogen rumlaufen. Und dann haben wir den Assis nicht wirklich was entgegenzusetzen. Das wäre ärgerlich. Denn Assis, denen man nichts entgegensetzen kann. Die nutzen das schamlos aus. So. Ei, 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 ei. So, dann mal ganz kurz... Ja, in Sicherheit vor allen Dingen. Hier an der Dunkelheit. Das ist die super Sicherheit. Ich hoffe, hier sind wir... Hier ist auch dunkel... Da ist auch dunkel. Ach, Scheiße, ey. Nein! So. Einmal... 64 Stickys, bitte. Und dann nochmal das Ding drauf. Huch, was mach ich denn da? Bloß nicht zu viel Zeit verplempern? Na. Ach, das ist doch alles nicht wahr hier. Das geht hier überall noch weiter. Und immer ist hier noch irgendwas. Aber zum Glück nur eine Sackgasse. So. Übrigens, äh... Das, was ich hier gerade erforsche, das ist total toll. Denn ich erforsche hier gerade ein Backup der Map. Weil ich hab natürlich nicht in der Original-Map ein Arbeitsamt und sowas eingebastelt. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Und das Lustige ist, ich hätte nie damit gerechnet, dass die Höhle so riesig ist. So unglaublich riesig. Und deswegen... ...wird alles weg sein, wenn man nicht mehr mit dem Backup spielen. Also alles, was wir hier erforschen, ist letzten Endes eigentlich für die Katz. Ja, das ist, äh, eine ganz tolle Ansage. Ich weiß. So, dann versuchen wir uns hier mal hier nach oben zu... ...graben. Ich könnte natürlich diese Karte hier dann letzten Endes auch als Dingens nehmen. Als richtige Karte wieder. Weil es... ...der letzte Spielstand ist. Also, beziehungsweise der aktuellste Spielstand. Deswegen durfte ich auch noch nicht zur Monsterfalle gehen. Weil er sonst... ...gespoilert währt. Und das wollte ich ja nicht. Gut, hier oben ist offensichtlich nichts. Also, Fackel ran. Und wieder nach unten. Ich könnte eigentlich das ganze Ding hier wegreißen. Und hätte hier super viel Gravel. So, wo ist denn? Ich höre schon wieder Arbeitslose. Und hier ist die. Nehmen wir natürlich gleich mal mit. Wie kommt denn jetzt ein Arbeitsloser hier hin? Die treiben sich doch normalerweise nur an der Dunkelheit rum, die Arbeitslosen. Also, die Obdachlosen. Ach, verdammt. Ei, 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 karamba. Jetzt da oben war ich dann schon. Hier war da noch so viel, so viel Schmerz, so viel Unerforschtes. Da tue ich nochmal notfalls. Nur, dass da nichts spawnen kann. Hm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich in dieser Map hier... ...hoffnungslos... ...verlaufen werde. Nein, dann kommt hoffentlich nicht wieder Fridolin zu Besuch. Das wäre mir ein bisschen unangenehm. Das will ich ja nicht. So, da oben war noch eine Menge Schwärze, wie ich gerade sehe. Und das ist auch ein super Hort für Obdachlose. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich habe den Gott der Obdachlosen verärgert. Der Gott der Obdachlosen, der heißt Bahreemünzee. So, ich glaube, hier sind wir auf jeden Fall... Mann, wie viel Eisen es hier gibt. Wie glücklich ich hier sein könnte, wenn ich mir das Eisen mitnehmen würde. Vielleicht mache ich das einfach mal. Komm, ich mache mal das... Ich mache nicht immer das Eisen mit jetzt. Kohle könnte ich auch mitnehmen, aber das würde dann wirklich den Rahmen sprengen. Weil, guck mal, hier ist überall ist hier Kohle. Wenn, dann laufe ich da lieber später nochmal durch und sammle Kohle ein, wenn wir welche brauchen. Aber bis jetzt ist das ja völlig okay. Und Eisen haben wir eigentlich auch schon so viel. Aber das macht gar nichts, denn Eisen kann man nie genug haben, Freunde. Das wisst ihr ja. Eisen. Ich mag das Eisen. Ich mag das Eisen. So... Ja, jetzt ist natürlich wieder die Masterfrage. Wo bitte geht's hier raus? Ich könnte natürlich jetzt... Ich würde jetzt nicht mal mehr die Dinger finden, wo man an die Oberfläche kam. Ähm... Ja... Nun... Also... Ähm... Ach, da waren wir ja schon gerade eben. Ja, das wird jetzt bestimmt wieder lustig. Und so manch einer schlägt sich jetzt vor den Kopf und denkt sich... Oh nein, nicht schon wieder. Aber ging's hier nicht nach oben? Ja, ich glaub, hier ging's nach oben. Und nach unten. Hier! Los, schwimm nach oben! Da hätt ich vielleicht auch ein paar Leitern anbringen sollen. Ach, genau, das war ja da, wo wir keine Ahnung haben, wo wir rauskommen. Und ich hoffe... Ach, jetzt wird's bestimmt... Scheiße. Ich hab'n... Ich höre'n Baby. Ich weiß nur nicht, wo. So, Luft holen. Ei, 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 diese Babys. Da hinten im Baum hängt ein Baby. Ich hab's noch grad gesehen. So, wie spät ist es? Wo ist denn der Mond? Ich seh' den... Mond gar nicht. Ein Schaf. Oh, ich hoffe, ich soll erschreckend schlafen. Und hier oben sollte ich vielleicht auch nochmal... ...was anbringen. Ja, nach oben in Sicherheit bringen vor die Babys ist ja auch... ...sinnfrei jetzt. Boah, diese Mutanten-Babys. So, ach man, wann wird's denn... Ach, es ist natürlich grad erst Nacht geworden. Hm. Soll ich das Risiko eingehen? Scheiße. Nein! Das erste, was da wieder kommt, ist natürlich ein Assi. Und da kann ich... Das kann ich nicht riskieren, da jetzt rumzulaufen zwischen den ganzen Assis. Weil wenn ich jetzt sterbe, dann wär alles für die Katz. Hey, mich auf meine neue Jacke, Mann. Ey, mich auf meine neue Jacke, Mann. Aua. Scheiße. Ich will nicht. Schwein und Schaf. Wo ist das Baby? Wo bin ich vor allen Dingen? Ach, da ist der Wolkenpalazzo. Wie geil, dass hier unten eigentlich ist. Das ist ein Schaf. Da ist ein Schwein. Also ich halte diese Fackel übrigens grad nur in der Hand, damit ihr was seht, ne? Das ist jetzt nicht, weil ich so ein mieser Cheater bin, oder? Weil sonst würde ich lieber das Schwert ausrüsten. Das wäre mir hier wesentlich angenehmer. Momentan. Scheiße, Obdachlose belagern den Fahrstuhl und hoch kommen wir grad eh nicht. Da hinten ist ein Assi und wir müssen jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, uns zum Palazzo durchzuschlagen. Noch ein Obdachloser, da kommen wir vorbei. Hauptsache keine Zeugen Jehovas. So, der Obdachlose hat Witterung aufgenommen, weil wir ein bisschen Kleingeld in der Tasche haben. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen... Mist, da... Ach, das ist ja da hinten erst. Ach, wir sind hier aber auf der ganz falschen Seite. Kacke. Und da hinten sind zwei Assis in der Dunkelheit. Natürlich, die treiben sich immer im Dunkeln rum. Scheiß Jugendgangs wieder. Komm's wieder an mit... Ich mach dich Messer, Alter. Und dann... Baby. Da hat wieder jemand sein Baby weggeworfen. Scheiße, Baby hat Witterung aufgenommen. Ich will nicht dein Papi sein. So, wir haben auf jeden Fall eine Ingredienz für Bogen. Das ist schon mal viel wert. Und jetzt hoffe ich nur, dass uns hier oben... nichts allzu fieses erwartet. Ah, scheiße. Aua. 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 Nein! 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 Und ein Assi. Nein! Ah, scheiße, bei den Assis, da muss ich gehen. Boah, und noch ein Baby. Aber vom Baby brauchen wir grad nix. Dann noch ein Obdachloser. Und noch ein Obdachloser. Boah, verschwindet! Aua! Aua! Ich hab nichts für euch! Boah, die ganze Gegend ist bevölkert von Obdachlosen und Assis und Biomüllbabys. Und da unten, ach, da geht's auch in die Höhle rein. Wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, uns durch die Monsterhorden nach Hause zu schlagen. Wobei, da fällt mir grad ne Möglichkeit ein. Solange mich keine Wiki angreift. Okay, alles klar. Ja, zack, zack. Hier, ein paar Babyschnüre und jetzt haben wir den Bogen. Super! Was ich jetzt aber noch mal mache, ist ganz schnell ein Frühstücksbrötchen essen. Ach, der dürfte eh weg sein. Und da hinten ist noch ein Baby. Bloß weg. Ich hoffe, ihr seht hier was im Dunkeln. Scheiße! Scheiße! Ich spick dir das Baby mit Pfeilen! Ich spick dir das Baby mit Pfeilen! Ich spick dir das Baby mit Pfeilen! Boah! Boah! Alter Schwede, ich krieg hier noch die Krise! Was war das denn grade? Auf einmal war hier alles voll! Boah, das gibt's doch gar nicht Wir sind auch kein Wir sind auch keinen Schritt weiter gekommen Ach, und er ist immer noch da Ich fall vom Glauben ab Boah, die Nacht ohne Morgen So, Freundchen, und jetzt versuchen wir mal unser Glück da hinten bei dem Assi So, hier hat Vicky noch ihr Make-up verloren Ich geh wieder auf Schwert, damit wir uns hier hochkämpfen können Und die Sonne geht langsam auf, Gott sei Dank Bei Sonne verkriechen sich die ganzen Viecher nämlich Nein Nein Tja, da hat unser Vicky ja was Schönes in die Fassade gerissen hier Die eklige So, hier oben sind aber keine Viecher, ne? Hier ist ausgeleuchtet, Gott sei Dank Boah Da unten sind sie, die Obdachlosen Und da ist Vicky Ja, brennt ihr Obdachlosen Ah, ha, 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 ha Boah, Gott sei Dank Obdachlose sind nämlich allergisch auf Sonne Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet Und wie interessant da hinten die Monsterfalle doch aussieht Cool, oder? Ja, das sieht, eigentlich sieht's nice aus von hier Bei Nachts weiß ich jetzt noch gar nicht, wie das aussieht Ich lass erstmal die ganzen Obdachlosen verbrennen Und dann muss ich wieder nach unten Wobei ich, äh, ich glaube nicht den Fahrstuhl nehmen werde Weil da unten alles im Schatten liegt Und wer weiß Vielleicht verkriechen sich da noch ein paar Scheiße Die Rüstung ist auch so gut wie im Arsch Ne, das war ein super Ausflug So, das Doofe ist natürlich Dass die Wikis jetzt noch rumlaufen So, ich mach mich dann mal zurück zum Bauernhaus Da, da ist ein Wiki Da ist noch eine Wiki Da verstecken sich lauter Wikis Aber wir haben ja zum Glück Boah Ist hier einfach eine Wikipedia in der Nähe Ahahaha Versteck dich ruhig in der Baum So, ich glaube wir sind so gut wie durch Und jetzt ist natürlich die Frage Ich könnte eigentlich mal eine Runde Penn und Energie auftanken Aber ich hab natürlich auch Oder haben wir überhaupt irgendein Zeug Irgendwas hier Ne, wir haben hier gar nichts aus einer Werkbank Ist hier alles in der Monsterfalle Wo ich nicht reingehen kann Weil ich euch schon spoilern würde Scheiße Boah, die Welt wurde übernommen Von Minderheiten So, ich hoffe das Arbeitsamt hat geöffnet Die haben ja nur so ganz begrenzte Öffnungszeiten Falls ihr euch erinnert 6 bis 15, ne, also Aber hier dürften jetzt erstmal alle ausgeschaltet sein Jawohl, ja Und jetzt frage ich mich, ob hier hinten Hier bei den Anträgen waren wir noch nicht Aber Erfüllt sich denn meine Hoffnung, dass wir Von unten gekommen, ne Das ist doch ein anderer Schacht als der Wo wir hochgekraxelt sind, oder? Ich dachte zuerst, das wäre vielleicht der gleiche Schacht Aber der ist es nicht Das ist eine unglaubliche Höhle hier Das ist eine unglaubliche Höhle hier Eine unglaubliche Höhle Ne Von wo kommt der denn, du? Ach, hör auf Unglaublich Dann kommen die hier doch noch Ich dachte ich hätte hier schon alles ausgeleuchtet Aber offensichtlich habe ich sie unterschätzt Oder die Assis werden mutiger In der Dunkelheit und in Gruppen Werden Assis immer mutiger Ach, hier waren wir auch noch nicht Ach, da waren wir auch noch nicht Ach, das ist doch unglaublich Unglaublich Ich dachte wir hätten es schon so viel gesehen jetzt Aber dabei war das so wenig Boah Immerhin haben wir jetzt einen Bogen Ach Mensch Wow, so wenig Immerhin haben wir jetzt einen Bogen Das ist schon mal viel wert Und jetzt mache ich mal folgendes Hier so ein Treppchen hoch Zack So, da komme ich jetzt noch nicht hoch Moment Hm Vicky Kleine, süße Vicky Sie war ein explosives Geschoss Und sie wusste ihre körperlichen Reize einzusetzen Wer sich mit Vicky anlegte Endete meist in kleinen Fetzen So Pass mal auf Vicky So Ach, was ist das denn hier Und wie oft habe ich das in diesem LP, in dieser Aufnahme schon gesagt Mit dem, ach was ist das denn hier Das will ich gar nicht wissen So, da waren wir schon Hier bringe ich nochmal eine Fackel an Okay Damit haben wir diesen Abschnitt hier erforscht Und dann mal gucken, wo es hier weiter geht Ach du Scheiße Ähm Warte mal Da unten geht es auch weiter Da waren wir aber schon Ich mache mal folgendes Ich baue hier mal zu Nur für den Fall, dass Ich komme doch mal bitte Ich komme doch mal bitte Ich komme doch mal bitte Und hier übrigens auch Ich bleib doch mal stehen Ey du Otto Ich bleib doch mal stehen Alter Ach du Scheiße Ist da irgendwas? Ich sehe nichts Eieieiei So, da ist Erde Und irgendwer läuft da auf der Erde rum So Ach das war ja schlau So Ey du Otto Ey nicht auf meine neue Jacke Mann Ey nicht auf meine neue Jacke Mann Ich bleib doch mal stehen Alter Ne, da oben kommen wir an nichts ran Also irgendwo sind hier Viecher Aber ich weiß nicht wo Die laufen hier irgendwo auf Erde rum Aber ich habe keine Ahnung wo das ist Ja, soviel dazu Schöne Scheiße Ja Verdammte Axt Da unten war Ach weißt du Da kann ich ja mal Habe ich eigentlich schon? Ne, habe ich noch nicht Wieso habe ich den nicht mitgenommen? Das wollte ich nämlich eigentlich die ganze Zeit schon machen Der ein oder andere von euch weiß bestimmt warum Ich gerne einen Eimer Lava dabei habe in Höhlen Ach und das war, war das nicht, war das, war das hier? Ja, das war hier, ach hör auf, ich erinnere mich Und das ist nicht das gleiche Ding wie Ja, da fing alles an, ganz harmlos mit den paar Leitern, die wir über die Wand geklatscht haben Und dann war natürlich auch alles vorbei Und ich wüsste gerne, was da noch weiter oben ist Was, was ist das hier für ein Raum Ey du, oh du Und wo kommen hier schon wieder Viecher her? So, ich hoffe hier ist ausgeleuchtet Ja, sieht gut aus Hier sind auch keine Viecher, ne? Ne Und ich wüsste zu gerne, ich werde mal ganz kurz was probieren So, das geht ja nicht Naja Aber ich müsste ja hier so, ne? Da, das geht So, dann versuchen hier so ein bisschen entlang Da, da, da Und dann hier vielleicht noch eine Fackel Boah, Alter Wo geht's denn da oben hin? Was ist das da? Das muss doch schon längst die Oberfläche sein Oder Die Vermutung ist, die andere Vermutung ist Wir sind hier eventuell schon in unserem Dingensberg Ach du Scheiße Komm doch mal bitte Also die andere Vermutung ist, dass wir hier im, 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 im Wolkenpalazzo Ey komm doch mal bitte Im Wolkenpalazzoberg drin sind Ey komm doch mal bitte So, hier Ne, bleib doch mal stehen, Alter Ja, ich dachte ich soll kommen, wieso soll ich dann stehen bleiben Ne, bleib doch mal stehen, Alter Ja Das ist ja un... Unglaublich, was das hier für ein Höhlensystem ist Ich kann auch die ganze Zeit nur rumschwärmen Oder hochkonzentriert hier durch die Gegend latschen Weil ich immer das Gefühl habe, gleich springt uns wieder irgendein Assi an Ai, 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 was ist das denn hier? Ja So, folgendes und dann folgendes Und hier nochmal dicht machen Moment, so, weiter geht's Ach, ist das nicht... Huch Was ist jetzt passiert? Komisch Ist das nicht hier, äh, wo... Ach ja, doch, da ist die Fackel Ach, okay, das ist hier nur oben, sozusagen Dann haben wir die Schlucht ja fertig eigentlich Wow Äh, komm ich hier runter? Ja So, okay Hätte ich nicht gedacht, dass wir die fertig kriegen Und ich frage mich immer noch, wo die sich befindet Die muss ja in irgendein Berg sein, bei uns in der Nähe von dem ganzen Zeug, was wir so bauen So, hier... Ach ja, hier ist ja Dingens explodiert und wir sind ja nicht mehr zurückgegangen Hier ist unsere erste Wiki explodiert So, und das Lustige war, bei der ersten Aufnahme, die leider kaputt... äh, die leider kaputt war, die ich wieder abbrechen musste, beziehungsweise wo der Ton nicht mehr aufgenommen wurde Ist mir genau beim Hochkommen hier das erste Baby genau vor's Gesicht gefallen Das war so gruselig, ich hab mich so erschrocken Boah Das war echt nicht schön Aber lustig war's Nicht schön, aber lustig Und gruselig Und nicht schön, aber lustig So, da waren wir schon Da ist der komische, was wir zugebaut haben Dann müssen wir doch jetzt eigentlich da lang Ach, sieh mal eine an Ich erinnere mich, hier war doch und so Ach, hier ist gar nichts mehr Na, ist ja super Ja, ich glaub, damit haben wir so gut wie alles, äh, erforscht Außer natürlich von der Riesenhöhle Das kam wieder weg Und dann mach ich hier mal so'n Ding und so'n Ding und so'n Ding So, weil's so schön war Achso, ach Mensch, das geht ja so nicht Das kann ich so nicht hinterlassen Da tut mir leid, da muss ich so machen Und so, auch wenn das Eisen jetzt zugebaut ist Ist doch egal, ist sowieso nur so'n Pseudospielstand Puh So, ich glaub, die Assis sind besiegt Das, äh, Arbeitsamt ist zurückerobert Hier mach ich nochmal ne Fackel hin Oder haben wir hier noch was übersehen Da oben So Wir haben die Horsthöhle erforscht Ganz erfolgreich, möchte ich sagen Und hier haben wir noch das Ding, das ich mir auch gleich mal mitnehme Man weiß ja nie So Da oben Gibt's da noch irgendwas Nein Niente Nada Nischt Auch schon alles gesehen Und alles gemacht Und alles, äh Juppaidi und tralala Jetzt heißt es nur noch wieder zurückfinden Wie immer So So, hier hatte ich mich Ne, hatte ich dann hier Hatte ich mich hier so Ich kam von hier, wenn ich mich nicht täusche Da bin ich hier so rumgegangen Dann kam ich also von hier unten Das hier ist die große Höhle Das heißt, wir kommen von Hier? Ne Das ist doch hier die Ist das hier nicht? Ich hätte das vielleicht mal markieren sollen Wo wir durch den Wasserfall nach oben geschwommen sind Hm Hier ist es Jawohl Da mach ich mal hier, hier, hier Ey, du Otto Ey, bleib doch mal stehen, Alter Ey, du Otto Wo sind denn die Assis? Ey, komm doch mal Na gut, die klangen aber weit entfernt Tja, bleibt eigentlich nur noch Eines Und ehrlich gesagt Ich hab Keine Idee Was wir da Ich hab ne Idee Was wir da Gravel, Gravel Oh, du rettendes, äh Element Wirst mir hier auch nicht weiterhelfen können Fällt mir gerade ein Ich weiß, was uns hier helfen könnte Das blöde ist nur Ich weiß nicht, wo ich's herkriege Mist Ich weiß, wo ich's herkriege Sekunde Ich, äh, versuche mal Ob das Ach, sch- Öh Hör Aua 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 Wie geht das denn? Das ist doch erleuchtet von allen Seiten Wo kann der denn ausbrechen? Ein Obdachloser ist entflohen Aber, aber, aber Woher und wie? Scheiße, ich dachte wir wären sicher Oh, und Moment Ich weiß genau, was mir helfen kann Sekunde, ich mach mal folgendes Jetzt mach ich erstmal Dann gönne ich mir mal den Spaß Und mache mal hier so Ich hab Angst, dass die Kiste verbrennt Aber ich glaube, die sind Sicher gefeit dagegen Ne, pass mal auf, das mach ich anders Ich mach mal so Und dann so Und es wäre interessant zu sehen, ob die Also ich würde jetzt gerne Äh, da eigentlich die Fackeln abbauen Und dann mal schauen, ob die Zombies dann da reinlaufen Naja, mach ich später Jetzt hab ich den Eimer Und mit dem hol ich mir mal einen Schluck Wasser Von da drüben Und ihr wisst schon, worauf es hinausläuft Ach, da muss ich ja wieder hoch, verdammt Das ist eine verdammt lange Folge Und ich habe noch nicht mal irgendwas erzählt in dieser Folge Ich hab die ganze Zeit noch irgendwas über Assis und Obdachlose erzählt Der tolle Gronk, der immer so viel Sozialkritik übt Ist ja selber so ein Ignorantes Stück Pipikaka So, ihr wisst natürlich auch hier schon, was ich vorhabe Und zwar Das würde ich gerne Weißt du was? Ich glaube, das mache ich mal hier In springt der einfach So Gleich macht's zisch Ist natürlich ein bisschen ungeil, falls es uns da unten die Höhle zuzischt, aber Immerhin kommen wir so nach unten, nur nach oben nicht mehr Aber nach oben können wir ja irgendwie anders kommen So Ach du Scheiße, was ist das für eine Höhle? Das habe ich noch nie gesehen, sowas So, die Lava ist eingefangen Gut Aber auf der anderen Seite auch wieder schlecht, weil das Licht da durchweg Scheiße, nein Nein, 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 nein So Ach Mensch Ach Mensch Und dass überall wo Obsidian ist, da war ruhige Lava, das heißt hier unten war ein ruhiges Lava Becken Und äh, somit haben wir jetzt auch den unteren Teil der Höhle erforscht Ja super, das war ja spitze Hurra Jetzt hoffe ich nur, dass wir lebend oben ankommen, dass uns der Sauerstauf nicht ausgeht Nein Brauche Luft zum Atmen Nein, ach fuck Also erstmal natürlich, die Rüstung ist natürlich auch im Arsch jetzt Hallo? Ich wollte doch keine Kohle fressen, ich wollte das da fressen Neun Leitern haben wir noch, naja dann mal Tau Na jetzt Alter willst du mich Du willst mich wohl verarschen, zack, so Leck mich doch fett Du kommst wieder zu Papi Du kommst auch wieder hier ran Nein, nicht So Und jetzt ab da Zacki, zacki Und wir sind oben Und Zacki Und Ab dafür Hier am Grubenrand ist natürlich nix zu holen, wir müssen irgendwie da rüber, das heißt Jetzt haben wir noch 19 davon So Okay, dann haben wir das Wasser schon mal unter Kontrolle Und dann hoppen wir mal, ach die Leitern reichen auf jeden Fall, zack Und da wären wir wieder oben, hurra, wir haben es geschafft und hier bringen wir nochmal eine Fackel an, weil es hier dunkel werden kann So, die Obdachlosen sind eingedämmt, die Assis sind besiegt und auch ein paar Biomüllbabys haben wir erfolgreich geplättet Jetzt würde ich doch nur noch mal gern gucken, ob, äh, das, wie mach ich denn das, hab ich Erde dabei Das würde mich jetzt persönlich noch mal interessieren, ob das funktioniert Sekunde, ich mach mal hier ganz kurz Zack, zack Zack, zack Boah, alter Schwede So, mal gucken, ob die Herren In meine kleine Arbeitslosenfalle kommen Oder ob das, ob die Lava vielleicht zu hell ist Ich weiß es nicht Los, spawn, ihr Arbeitslosen Na also Gut Das klappt auf jeden Fall super Vielleicht muss ich da noch So, mal gucken Aua Ach, der kann sich da durcharbeiten, weil natürlich die Lava nach oben geht Das ist natürlich ein bisschen doof So So Jetzt, äh, ich hoffe das wird jetzt nicht zu hell Notfalls, ich könnte ja auch Plup So Hallo, ich bin's Aua Aua, Aua, Aua Aua, 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 Bites Na ja, gut, es funktioniert nicht ganz so gut wie gehofft Aber ein kleiner Spaß ist es schon Aua Naja Nun gut, ich überlasse die Herren mal ihrem Schicksal Und in diesem Sinne werde ich mich dahin begeben, wo alles angefangen hat Wenn ich da wieder hochkomme, weil hier jetzt kein Wasser ist Ich hoffe, der kleine Ausflug hat euch auch ein bisschen gefallen So, ach, da komme ich hoch Ist jetzt alles ein bisschen länger geworden als gedacht Aber naja, was soll's Ah, Gott sei Dank ist es Tag Und ich würde ja jetzt gerne nochmal schnell zur Monsterfalle Und ich glaube, ich tue es auch Ich werde jetzt einfach zur Monsterfalle gehen Ich werde euch spoilern, jawohl Also, wer das nicht sehen will, kann ruhig ein bisschen vorspulen Es ist jetzt nicht so ultra spannend Ich glaube, es ist nur eine Folge, die da verbaut wird Und die kann man notfalls ja auch nachholen, weil der Weg ist ja das Ziel Ey, du Otto Und wir gehen jetzt mal ins Interieur Und ihr seht erstmals, seht ihr, dass eine Spielwelt, bevor sie überhaupt released wurde Als Let's Play bereits ein bisschen weiter fortgeschritten ist Das heißt, hier drin sieht es jetzt schon anders aus Als, äh, ihr das aus dem Let's Play kennt Und, äh, naja Gehen wir mal die neue Treppe hinunter Und hier sehen wir den Baby-Spawner Gruselig Los! Mist! Ach, da unten läuft eine Vicky rum Zack! Tschüss, Vicky! So, das war die Vicky Aber wieso spawnt denn hier nix beim Vicky? Ach, weil's zu hell ist, natürlich Ja, ich dachte, wir gucken uns das jetzt alle noch gemeinsam nochmal an Ich geh nochmal ganz kurz nach unten So, da war grad die nächste Vicky Und, äh, was ich auch noch machen werde Mist, das kann ich jetzt hier gar nicht machen Ey! Was fällt denn dir ein? Hab ich, aber ich hab ja Workbenches mit Also stell ich mal eine Workbench Stell ich mal hier hin Und, äh, damit mach ich jetzt mal folgendes Ich mach nochmal ein paar Leitern Das hier Ja, ja Das hier werde ich nämlich auch im Let's Play machen Also im regulären Let's Play Nicht hier in dieser Special-Welt Und zwar, das ist der Einfachheit halber Sag ich mal Plupp Und Plupp Und Plupp Und So rum, ne? Hier, plupp Ne, war falsch Ach, ist egal Halt die Fresse! Ja Naja, ihr wisst ja zumindest, äh, wie das dann wird Also da kommen dann Leitern hin, damit ich das Wasser hier abgraben kann Und ich werde auf jeden Fall noch die Wasserzuflüsse wahrscheinlich ein bisschen mittiger postieren Das Blöde ist nur, dass ich halt hier irgendwie durch das Ding durch muss Vielleicht lass ich mir da noch was einfallen Mal schauen, irgendwas kriegen wir bestimmt hin So, hallo Vicky, mein Schätzchen, na? Wie geht's dir? Ja, in diesem Sinne, das war das kleine Special zwischendurch Einfach nur mal so, just for fun Und ich find's immer so geil hier runter Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Special mit der Horsthöhle Und, äh, ich darf es einfach mal so sagen Darf ich das einfach so sagen? Nein, ich darf es noch nicht einfach so sagen Ich werde es später, genau, halt die Fresse Das war das Zeichen Also Ich möchte mich an dieser Stelle noch ganz besonders bei der lieben Honeyball bedanken Die hat nämlich die lustigen Figürchen, die ihr seht, komplett gezeichnet Und texturiert Und, äh Was es damit auf sich hat Ja, wer weiß das schon So, in diesem Sinne sage ich, äh, Tschüssikowski Und Bis bald Ihr werdet diese Welt, diese Form der Welt nicht mehr wieder Ihhh Ihr werdet diese Form der Welt nicht mehr wiedersehen Weil wir in der regulären Let's Play Welt einfach weiterspielen Und bis dahin verbleibe ich bis morgen Und sage Tschüssikowski Tschüssikowski Tschüssi 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 Tschüssi